Ja, ich persönlich finde Wellen ab 16 wichtig, weil man einfach kommunal mitentscheiden kann, ob jetzt ein Bolzplatz gebaut wird oder das neue Schwimmbad eine Rutsche kriegt oder ob man vielleicht versucht, in seiner Kommune Cannabis als Modellprojekt zu legalisieren. Und da finde ich, dass auch gerade wir Jugendlichen schon ab 16 Jahren jetzt endlich mitentscheiden dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017